In der Anlage gab es mehrere Explosionen. Verschwindet sofort! Hast du gehört? Verschwinden wir von hier! Überwachungsdrohne zeigt 54 Immortals auf der Oberfläche an. Scheiße. Wir haben ein Gebäude, um euch zu ertränken. Weiter, wir werden nicht ertränken. So, Freunde, es geht weiter bei einer weiteren Runde Black Ops 3. Wir haben in der letzten Folge die zwei Kerne verstört und haben gemerkt, dass eigentlich... Wo war's mal? Was ist mit dem denn los? Wir müssen einmal rum. Wo sind die denn alle? Oh mein Gott. Shit, wir müssen ja irgendwie da hinkommen. Kommen wir denn da hoch? Scheiße. Die wollen alle hin, ne? Oh, ne, 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 ne. Shit. Oh, 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 oh. Ich muss in Deckung gehen, ich muss in Deckung gehen. So, der ist offline, sehr schön Oh mein Gott Ich muss irgendwie erstmal kurz in Deckung gehen Nein, 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 erstmal müssen wir hier alles zerstören, was hier auf uns zukommt Und wir sind das Guckt euch das an, da sind viel zu viele Dann laufen wir lieber vorbei Oh, dahin, 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 komm jetzt Hoch da Da kommen zu viele Roboter, die werden irgendwie wohl gespawnt Rein da, rein da, rein da Wow Wir dürfen nicht verlieren, Hendrix Du musst dich verbinden und alle Daten von seinem DNA ziehen Das wird sein verdammtes Hirn rösten Das glaube ich nicht Ich kenne ihn Ich habe mit ihm gekämpft Er sollte nicht so sterben müssen Es tut mir leid Das ist okay, Hendrix Ich kann ihn sehen Scheiße Kain Hast du das gehört? Was gehört? Was hast du gesehen, Hendrix? Hast du was bekommen? Hendrix Taylor sucht nach zwei Überlebenden des Coalescence Desasters Er hat Singapur verlassen Wie hat er das denn angestellt? Man gewinnt neue Freunde, wenn man sein Land verrät Mist Wir werden von oben angegriffen Ascenti Immortals Wow Das ist ein heftiger Krieg, ey Was hat die denn für ein heftiges Tattoo? Ja, ja Meine Männer gehen rein Haben wir die Standorte der CIA-Unterschlüpfe erhalten? Ja, Madame Flutet es Meine Männer sind nach unten Jagd es hoch Oha Die Jagen einfach alles in die Luft Kommen wir überhaupt lebend raus Was zur Hölle war das? Klingt nach Kenders neuen Freund Shit Jetzt müssen wir hier irgendwie raus Wow Hast du gehört? Verschwinden wir von hier Überwachungsdrohle zeigt 54 Models auf der Oberfläche an Scheiße Oh ja, wir werden nicht ertränken Shit, shit, shit Die flüchten selbst alle Komm an, komm an, komm an Nicht anhalt, los, los, los Warum schießen die noch? Sind die dumm oder was? Anstatt zu fliehen, äh Schießen die Die sind doch dumme Scheiße Wir müssen wissen, wen Wir müssen wissen, wen Täler eigentlich sucht Unglaublich Unglaublich Oha, komm, 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 komm Hilf mir doch mal Oha, guckt euch das an Guckt euch das an, Herr Nicht, wenn das klappt Die Tür ist zu Wir müssen mehr als genug Luft haben Um zur Oberfläche zu gelangen Okay Aber wenn das schief geht Werde ich dich heimsuchen, Kate Mist, sie klemmt Muss Türsystem überbrücken Schütze mich Wo ist der? Da vorne Nur noch ein paar Sekunden Oh Mann Komm, komm, komm Mach hin, Herr Junge Haha, der hat es nicht geschafft Eieieieiei Ich verstecke mich hier Und flute das Labor Was? Bist du irre? Nicht, wenn das klappt Eure Lungen sollten mehr als genug Luft haben Um zur Oberfläche zu gelangen Okay Aber wenn das schief geht Werde ich dich heimsuchen, Kate So, wir stellen uns diesmal hier hin Mist, sie klemmt Muss Türsystem überbrücken Schütze mich Komm, mach hin, Kollege Nur noch ein paar Sekunden Paar Sekunden, sagst du? Oh oh Come on, Hendrix Mach doch mal Hendrix Guckt euch das an, ey Das ist ja unglaublich Was soll man das denn schaffen, ey? Hinlegen, blockiert Aha Oh Mann Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegen sollen Wenn das schief geht Werde ich dich heimsuchen Das ist verrückt Wir spielen auf normal Und kratzen bei so Eigentlich Dummen Situationen ab, ey Mist, sie klemmt Muss Türsystem überbrücken Schütze mich Oh, wir haben nochmal Raketenwerfer Oh Mann, daneben Guckt euch das an, wie die ausweichen Gieß kaputt, ey Äh Mach doch mal weg, hier Oh, ne, 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 ne Granate doch nicht da Meine Güte Komm, ne Granate Habe ich keine Granaten mehr Das gibt's doch nicht Mach hin, Junge Mann, endlich Oh mein Gott Ich seh gar nix Oh, jetzt schwimmen wir Der ist tot Oder Boah, die schießen trotzdem Die Roboter Das geht zu viel Oder wie schießt er Krass, wie kräftig ist das bitte So, hier hinschwimmen Spreng die Tür, Kollege Schießt da noch irgendwer Nein Ist lustig Unter Wasser zu schießen Komm, dann spreng mal Wow Okay Aua Das war mein Kopf Ja, toll Wenn wir auf Leben ankommen Wo sind wir überhaupt Bleiben überall hängen Da hoch müssen wir Oder Okay Bleib hinter mir Wir sind noch nicht raus Achtung Da kommt ein Schwarm von Wasserbomben auf euch zu Haltet Abstand What Was für Wasserbomben Oh Oh mein Gott Da rein müssen wir Oh ne Nur hier hingehen Die Brücke stürzt ein Aus dem Weg What What Was stürzt ein Oha Guckt euch das an Miese Brise Schwimm mal hoch Oh oh Komm dann schwimm mal ein bisschen schneller Oh sind das die Bomben Die Bomben sind doch voll weit weg Oh guckt euch das an Da sind wir doch schon fast oben Nein Wieso sind wir tot Das finde ich jetzt ein bisschen unrealistisch Oh come on Ist ja kein Thema Wenn wir die Bomben ausschalten Aber Vielleicht ein bisschen unrealistisch Mit dem Wie viele Bomben sind da denn Geht es kaputt Oh ich kann nicht zielen Guckt euch das an Guckt euch das an Hier sind doch gar keine Bomben mehr Das ist unrealistisch Das ist wirklich unrealistisch Freunde Das ist unrealistisch Wieso bin ich gestorben Oder Oh ne doch nicht Mann Wow Ja werden wir direkt mal fett beschossen Oh mein Gott Wow Ist du okay Alles klar Cain Cain Das ist übel Diaz hat die Positionen aller CIA unterschlüpfer auf der Welt verraten Diesen eingeschlossen Die Überwachungsdrohne bestätigt Die Immortals sind bereits hierher unterwegs Wir können sie nicht aufhalten Verschwindet aus Singapur Halte durch Cain Wir holen dich da raus So überspringen wir das mal Oh das war die Mission Freunde Die haben wir abgeschlossen Wow Was doch immer hier mit diesen Waffen ist I don't know Weiter geht es Level 8 Hey 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 So Hier ist die nächste Mission Und dann nehmen wir die in der nächsten Folge in Angriff Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.